PeopleSprint, ein Minecraft-Speedrun-Turnier mit super vielen Streamern. Es geht um 750 Euro Preisgeld. Gespielt wird in zweier Teams auf fünf Seeds. Zwei davon Random Seed, einmal Filtered Seed und wieder zweimal Random Seed. Ich spiele mit ChaosFore 44 das Team ADS. Mann, Alter. Welcher Platz wir wohnen, wie viel Geld wir gewonnen haben und was unsere besten Runs waren, das seht ihr in diesem Video. Schatz, wir werden heute nicht sterben. Unter drei Minuten Enter, ist gut. Oh, Bastion ist weit. Die loadet noch nicht. Die Bastion hier hat besseres Terrain, I guess. Aber drüben ist die Fortress. Bro, ich hoffe, ich gehe zur richtigen Fest... äh, zur richtigen Bastion. Es gibt drei Stück höher geiles Terrain. Terrain? Digga, niemals. Ich bleib bei Tarron. Junge, das ist stable, das ist nicht Dings. Nein! Er ist in der falschen Bastion. Ey, das ist super. Ich werde sehr viel die Erster werden, das kann ich euch garantieren hier. Manifestieren! Aber auch nicht letzter. Nice twice durch? Nein. Was? Ich werde hier Housing spielen. Alles cool, alles cool. So, also wir sehen jetzt Flo, der in der Festung ist. Tjahn merkt ihr, irgendwo hier unten ist... musst du auch Dingsen, aber leicht anders, weil du musst das mit dem Portalum machen. Ja. Oh mein Gott, das ist genau hier unter dieser Lava. Portalroom. Welche Cods? Tjahn, hier einmal Koinaten aufschreiben. Oh Gott. Oh nein. Oh, nein, 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 nein. Ärgerlich. Zeit vom Dinger brauche ich doch noch 10 Obsidianen, oder? Okay, interessantes Setup. Geil. Jawohl. Geil. Ja, stark, 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 stark. Ich habe eine Minute bei den Bastionen verloren am Anfang, aber es war fein. Let's go. Also, ich bin wirklich Mr. Hebelig, ne? Da muss man darauf achten, dass, äh, werden wir sehen. Aber ich glaube, das wird sich normalisieren. Alles gut, du hast das, du hast das. Oh, meine, meine, äh, Helligkeit ist ein bisschen zu dunkel. Ja, du Scammer, du Scammer 1. Ja, das ist ein bisschen schlecht, aber ich... Mach, nach dem Run, äh, endet das, aber ist egal. Äh, mach dir einen Gold Ingott, damit du ein Pickelchen distracten kannst. Richtung Shipwreck aus, äh, nach rechts. Ne, das ist die Fake, du bist aber der Fake. Oh Gott, ja, das ist ja so blöd, dass ich jetzt, äh, Gamma aus hab. Hab's. Wenigstens leuchtet die Magma. Weil ich glaube, du gehst zum Falschen. Ähm, ähm, äh, stimmt. Right, okay. Ah, ja, doch, ich seh sie, ja, okay. Alright, alright, ich baue mich einfach hoch. Alright. Bisschen Zeit gewastet, aber... Warte die Trails ab, alles Gold rein. Ich glaube, das geht sich aus. Pearl ich auf das Netherwreck-Train. Ja, ja. Fireless? Ich hab sogar drei Fireless. Das war so eine Risky Pearl, ey. Boah, ich seh ja gar nix. Denk an die fließende Lava. Oder ist es hier? Egal, egal. Ich, äh, bin jetzt ein bisschen, ich bin jetzt slightly auf, aber das ist okay. Ich hab's ein bisschen viel auf. Ja, ja, ich hab, ich hab, äh, ein bisschen gejokt, so 20 Blöcke oder sowas. Das passt. Ich, äh, muss jetzt einfach... Minus 60, okay. Ah, Mist. Okay, das war richtig schlecht. Okay, aber ich glaub, du hast das. Das ist dumm. Oh mein Gott, ja. Hier ist ein Zombie. Halbes Herz. Oh mein Gott. Äh, du willst nicht wissen, was gerade in meinem Kopf abgeht. Oh mein Gott. Was ist passiert? Mach Safety Bet. Ist egal. Dann haben wir safe. Okay, mach ich. Sieben Betten, das geht. Ja, ja. Ich hab locker zwei, drei Minuten gewasted oder sowas. Hätt ich echt besser machen können. Aber ich glaub, nächsten Seed mach ich das besser. Yo. Oh nein, ich hab Wasser gesetzt. No. Okay. Ach, fünf Hits und dann ein Bet. Oh mein Gott. Safety Bet. Go, 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 go. Das ist doch traurig. Okay, warte, ich muss schnell rein. Es geht, es geht, es geht. Ich komm nicht raus. Ich komm nicht raus. Oh mein Gott. Ich hab nix. Bitte lass mein Stuff noch da sein. Ich glaub, der Stuff ist weg. Nee, der liegt sicherlich noch irgendwo. Ja, der ist da. Pass auf, warte, hinter dem Werk. Ich bringe mich jetzt einfach hier im Drinksplatz um und versuch irgendwie... Okay. Mach mit dem Bett das Wasser zu oder mit? Ach, egal. Ich hab's eh falsch gemacht, also nachdem du es gesagt hast. Ja, ich glaub, das wird nix. Aber probier's. Das ist sauärgerlich, ey. Ist ja nicht schlimm. Es sind literally alle gefannt. Das ist doch so krass. Also das ist mir noch nie passiert. Ich wollte mein Boot abbauen. Der setzt sich in dem Moment rein. Nein, ich bau den Piglin. Okay, I'm done. Nein, ich hab' ja auch, wie ich mir das Haus drehe. Okay. Ich hab's. Ich hab' ein gutes Haus gebaut. Ich hab' gejokt. Ich muss dem Haus bauen. Gebt mir einen Punkt für dieses gute Haus, bitte. Okay. Das ist ein zweiter. Den dritten Seed spielst du alleine. Das ist FSG. Ja, ja. FSG gespielt, ja, oder? Ja, rankt immer. Wir gucken jetzt bei Chaos Wolf zu. Wir haben den ersten Seed ziemlich hart gejokt. Wir haben jetzt aber Gamma eingestellt. Es kann nicht mehr choken. Gucken wir mal, was Chaos Wolf hat. Instant. Spitze und dann da unten im Wasser. Cool. Alright. Zehn Obby reichen. Andertal Stacks Strings. Zehn Obby. Das ist der Way to go. Wir werden's holen. Wir werden sowas von rasieren jetzt. Ah, ich seh' die fester. Oh mein Gott. Adlauge. Auf den, äh... Junge, das wäre eigentlich die Welt-Equid-Pace, wenn das in Random-Seed wäre. Crazy, Alter. 4 Minuten 20. Geil. Das ist so original, wenn der Blind und Stronghold gut ist. Sub-10-Pace. Sehr stark. Boah, er spielt aber super riskant, ne? Er gibt Zero-Fucks. Nah, bro. Es ist no way zu feiner Blöcke. 1100. Jan, wie du hier hinkommst du dem Portal-Ding? Keine Ahnung. Das ist sehr viel Graben. Gold-Pick-Ax machen. Wichtig, Freunde. Merken. Gold-Pick-Ax. Ocean. Nein, es gibt Portal-Room-Visible. Boah, Digga, so risky mit der Lava. Das ist safe. Keine Angst, Leute. Da verbrennt nix. Ich hab mich am Muted-Chat. Das kam so spät. Boom. Sehr strong, sehr strong. Hast du's? Ja. Sehr stark. Ey, ich hatte so ein dickes Delay auf deinem Stream. Ich hab 11.02-Multipol hat 11.11. Dark, Alter. Geil. Das heißt... Aber ich hab das auch. Also, der hat einen Wegekriegen gespielt. Okay. Wir sind im Gleichstand mit denen. Okay. Ah, ich muss es gar nicht abbauen. Ja, genau hier. Machst Gold-Pressure-Blade und, ja. Äh, Gold-Ax. Rest-Eisen und, ja, das warst du eh. Nord-Westen. Alright. Nord-Nord-Westen. Ja, einfach ist es weit, aber du weißt die Richtung. Äh, ja, ich brauch's einfach hier. Ist jetzt nicht so der nicest Spot, aber... Ne, genau, da hab ich auch gemacht. Keine Ahnung, ob sie den failen, dann passt. Ja, ich hab Major-Chokes. Okay. Ich bin grad ein bisschen paniken. Dann geh ins Loch und mach Standard so die Route. Du wirst nachher bei der Double-Chest Picklings haben, die noch reinwollen. Die kannst du reinlassen nachher. Sind zwei Picklings nur, leider. Ich mach mir actually Rüstung, auch wenn es goofy ist. Ich brauch die Rüstung, glaub mir. Ich warte nur noch auf die Pearls. Ist egal, da liegen Pearls oben. Oh mein Gott. Ja, go, go, go. Da vorne, wo die Zombie-Pigments sind, über denen. Da musst du hin, also außen, vorbei und hoch. Ich guck gleich nochmal. Hey, du da, erwischt. Du hast immer noch nicht das Video geliked. Dann mach jetzt mal einen Like-Speed-Run. Haha, check dir wegen Speed-Run. Boah, Basalt mit so wenig Leben ist wirklich ehrenlos. Boah, das ist so krass gerade. Ne, solange du keine großen Magma-Kipps hast, ist safe. Out of Sprint. Minus 3, 18, minus 12. Äh, oh mein Gott, ich bin jetzt... Äh, ist das dumm. Hä? Warte geht's. Back to Digging. Minus 3, 18, minus 12. Ja, danke. Ich bin richtig. Du musst auf Block, du bist auf... Oben, du bist 3, 19. Oh mein Gott, ich hab... Du hast noch 11, du hast noch 11. Du hast noch 11, du hast noch 11. Ich hab... Ich hab, äh... Ich hab, äh, ich hab... Ist egal, ich hab, du bist hier falsch. Ich bin noch minus 3, 18 und, äh, minus 12. Ich hab einfach gerade Portal ver... Äh, ne? Okay. Oh, eins auf, aber egal. Soll titten. Purchi, Purch. Go. Nice. Geil. Yes. Hugo. 13 Minuten. Tatsächlich, krass. Die müssen besseres Terrain gefunden haben. Mhm. Ich glaub, wir sind eins drüber. Oh, Stegi ist tot. Ja, der ist der Letzte, ist egal. Das seht ihr hier. Okay, ein Punkt. Aktuell Platz 1. Okay. Boom. Zack. Let's go. Ich hol das Ding. Sieht completely aus. Axt, Bäume, Tiere. Looting, 2 Schwert. Sehr gut, sehr gut. Es ist wahrscheinlich in der Double Chest Eisen drin. Pass, pass. Pass, pass. Du siehst die Batchel auf deinem Bildschirm. Rechts. Unter dem Timer. Oh mein, oh mein, oh mein Gott. Ich hab's hier. Das Ding. Oh mein Gott. Ich bin ja im Maulwurf. Okay, alles klar. Alles klar. Ja, jetzt einhiltest du und dann run. Ich hab keine Eisen. Ich hab keine Eisen. Äh. Denkfehler. Drei. Ich kann die Bottom Chest nehmen, wenn ich Glück hab. Es muss unten sein. Links. Kein Eisen drin. Ja, dann hoch. Du hast Exessen. Ja. Pass, trade, trade, trade. 16 Perlens hier in OBI. Nuss gut OBI. Und String. Ein paar Träten. Biss out. Alright. Pass, pass, pass. Fünf Chunks. Fünf Chunks. Go, go, du brauchst nix. Einfach go. Ähm, ich seh sie nicht bisher. Doch, rechts. Oh mein Gott. Nein, super, geht hin. Drei bekommen direkt. Drück F3 und passier mal. Ähm. Du gehst auf minus 155 plus 155. Alright. Du killst jetzt nix der Spawn, zwei Blaze kill und out. Ja, ja, ja. Pass, X ist richtig, du musst nur Z. Flo, das ist passiert. Okay, okay, pass auf. Geback, geback, geback. Es ist safer, bro. Minus 160, äh, 67. Das kann nicht sein, dass es passiert ist. Nein! Okay, ähm. Geback, geback. Ja, ja. Du brauchst nur ein Boot und ein Pickaxe. Timeless ist gar nicht mehr so hart. Wenn du jetzt gleich... Ja, geh einfach in die Festung oben rein. Hier ist was offen. Hier ist mein Stuff. 100%ig. Oh nein, hier ist ein Piglin. Äh, ein Pigman. Egal. Piglin meine ich. Ich verwechsel das immer. Und Skelett. Ey, das kann nicht sein. Oh mein Gott, und ein Skelett. Ist das dumm. Oh mein Gott. Grab dich durch den Natterrack. Keine Ahnung, killst du irgendwie. Oder mach dir eine Axt. Hier ist ein Baum hinter dir. Warum muss das immer so unlucky sein? Ja gut, okay. Ich mach meine Axt und dann kill ich sie. Ist egal, du bist wahrscheinlich nicht mehr erst. Also einfach nur save, finish. Ist egal. Die waren einfach beide one hit. Es ist so dumm. Nein, ist keine Lava. Alles safe. Passt. Du musst nur positiv z-setz gehen. Der Death hat alles, alles gekillt. Tut weh. Grad hoch, grad hoch. Ja, du warst zu weit unten. Jetzt hört jetzt ein Ocean, wie du das an. Ja, ist Ocean. Cold Ocean. Hab ihn. Ja, ist ärgerlich. Aber okay. Ich hab Punkte geholt und that's it. Alright. Ich bin wieder mute und ich guck. Ey, du schaffst das, ne? Wir holen das jetzt. Ich werde mich auch richtig konzentrieren. Ich werde nicht sterben. Wenn wir beides noch holen, wir können noch Platz 1 holen. Eisenpick hat er zwei. Das ist insane. Rüstung hat er. An dem Fluss hat er sich Flint geholt. Leute, jetzt aufschreiben. Wichtig. Ich bin auf Deck, ja. Ich glaube, wir müssen unsere Ehre retten. Ich muss richtig abreißen jetzt. Ich hab zu viel Gespeedern dafür, dass ich jetzt so choken darf. Treasure-Pastion. Das war knapp. Ja, das ist aber Konzentrationsschwäche, einfach. Oh, nein. Ärgerlich. Oh, nein. Das hätte mir genauso passieren können. Ist das safe überhaupt? Das darf es verbrannt. Er darf den Sieb nicht neu starten, das wurde gesagt. Wenn er die Pickaxe dagelassen hat. Wow, Respekt. Flo, Respekt, ehrlich. Das ist nicht. Ob da zwei Pickaxe drin sind, die wussten schon, dass ich sterbe. Ich hätte niemals, ich hätte beide mitgenommen, einfach wegen Durability. Da merkt man halt, dass er halt den Inszener Speedrunner ist, ne? Ja, ich habe auch viel zu wenig geübt. Ich habe in den letzten drei Monaten, habe ich vielleicht 20 Speedruns gespielt, ne? Okay, das ist unlucky. Oh mein Gott. Nein, das ist... Halt's auf. Ja! Flo! Na, den Kryptus schickt das Winniecroft. Let's go! Okay, aber was mache ich jetzt? Egal, Leute, wir haben Dierschwert. Dierschwert saved uns. Zehn Minuten. Mindestens. Im Basebonus, sicherlich. Okay, wir haben alles. Ich anspült aber nach mir. Macht Sub-8. Und wir kriegen einfach so Bonuspunkte, weil wir den Waldecoach schlagen. Richtig. Tatsächlich hatte ich mal einen Seed, wäre ich dann nicht bei The Wither Skeletons, beim... Ähm... Ich bin so bad. Ich wollte Fire Rest einfach saven, aber ich bin so... Boom, wieso mache ich das nicht? Ja, er war so schenk, wie ich auch bin. Ja, okay, ich sollte aber nicht mehr spielen. Nein. Ich glaube, es ist GG, oder? Er macht den Tian. Er macht den Tian-Chain. Boom! Beim YouTube-Stream kann man zum Glück zurücksp... Was war da gerade so laut? Hat er gerade Boom gesagt? Bei mir ist alles mit Delay. Hast du's? Hast du's? Hast du's? Hast du's? Ja. Okay. Alter, Respekt für den Zero-Cycle auf jeden Fall. Gut. Für die Ehre. Ja, ja, das war richtig wichtig, dass Nice Twice eins vor dir ist, nur, dass er nur ein Punkt mehr hat. Zeigen aber, die können's. Okay. Ich lasse eine Pickaxe da, wie du's gemacht hast. Nee, nee, passt, das geht instant hoch. Mach Spitzhacke aus Instant Tools und dann Axt. Eins, zwei, drei, neun. Wie viel Brot? Zwölf. Beben Stück. Reicht. Hey. Halt. Ich mach 8, weil ich ein Idiot bin. Okay. Holz nehm ich noch mit für Betten. Golem. Gravel. Lava. Gravel rechts. Jo. Ich hab gejoked. Gut, dass der Lavasee so groß ist, ey. Hier oben und dann irgendwo in der Mitte runter, dann nach rechts. Dann bootest du einfach runter, runter auf die Brücke und gehst die Treppen hoch. Boah, sehr gut. Pass auf, der eine könnte es mehr als ein bisschen mehr. Boah, das ist ja krass, dass der auch genau da steht. Bisher cleaner als alle anderen Runs. Ja, bis jetzt 0 Fehler. 16 Perlen, 10 OB. Swing hast du jetzt schon genug. Perls hab ich genügend, ich kann raus. Fire Race aktiv und go. Ja. Ich hab's, Südwesten war's. Jetzt bohr ich grad hoch. Noll, habs, 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 habs. Nice. Big. So, und dann einfach direkt dort Portal bauen. Nein, 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 nein. Es ist aber nahe. Du gehst ja direkt in den Portal-Room. Zero Eye, oder? Boah, ich hab keine Ahnung. Nimm mal was, ich schon. Egal, ich hab 7. 33, 32, 39. Ich hab, passt, du bist da. Boah. Du schießt zum falschen Block. Ich bin da. Ah, super. Alles easy. Batten, craften und go. Du hast genug Volles. Nice, all you. Ich glaube, ich bin sehr slow. Ich hab, ich hab, äh, Timing verkauft. Egal, egal. Hit ihn, hit ihn, hit ihn. Und geh an dieselbe Stelle. Egal. Ja. Geh zurück, das sind nur minus 30 Sekunden. Ähm. Drop. Ich muss attackieren. Halt mal, egal. Bro, ich hab alle Betten übersehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Meine Axt ist kaputt gegangen. Flo, nein. Gleiches normal, gleiches normal. Ist es wieder. Back, back, back. Du hast ein Bett noch. Du hast noch ein Bett. Ja, ja, ja. Alter, ist das lächerlich. Ja. Ja, ich bin zu weit weg. Ja. Kann man nichts mehr craften. Ja, das war einfach, das war einfach unkonzentriert. Ich hab die Betten übersehen. Ich hatte zwei Betten. Egal. Mach dir eine, mach dir eine Steinachs. Zwei Stacks Holz. Und du bridge die einfach. Betten, craften. Bub. Schwupp. Dreien. Zu weit geworfen, die Pearl? Ja. Ich hab die Pearl zu weit geworfen. Ach so, komm. An dem Punkt ist es aber nur noch ein Trollrun. Ich hab dreimal jetzt hintereinander die Pearl zu weit geworfen. Okay, jetzt aber. Ja, das ist echt ärgerlich, ne? Ich hatte so einen guten Start und dann hab ich so gejokt. Schade. Du hast halt so viele Unlucky-Sachen bekommen, die jetzt nicht unbedingt deine Schuld waren. Du bist vor mir. Ey, ist das krass. Wir holen das jetzt. Chaos Flo rasiert das. Ich rasiere das. Egal. Oh mein Gott. Okay, Leute. Es könnte sein, dass weil ich so weit weg meine Schlucht genommen habe. Das Flo ist in der... Das ist jetzt der einzige, wenn der hier direkt gespawnt ist. Nein. Das ist insane. Das rettet halt actually was. Ich seh die Festsong. Geil, das sieht aber. Digga, ganz ehrlich, Chat. Wir sind noch voll im Rennen. Ah, soll ich mit drübere Chests noch checken für Opi oder soll ich hier warten? Ich mein, das geht eh schnell. Ne, ich warte. Bisher konnte man nicht so viel entnehmen. Oh mein... Nein. Nein. Das hat keiner gesehen. Das ist doch so ein... Das war so ein richtiger, sicher Anruf. Hast du F3 gedrückt? Bestimmt irgendwo. Ich hab die ganze Zeit mit Piechert. Ja, ich hab nur die Strongwood Chords leider. Ich suche sie nachher. Ich suche sie nachher. Oh, ich glaub, das ist genau so ein bisschen wie ein Run-Ans. Stark. Ey, Sub-15. Geil. Richtig gut. Dann kommen wir zum letzten Run, Freunde. Go, go, go. Let's do it. Instant Flint. Wie geil. Alright. Holen wir. Trading hole mach ich normalerweise immer bei den Treppen unten, bei der Triple, ne? Du musst jetzt hier warten, also jetzt direkt würd ich resetten. Okay. Super. Du hast nur zwei Pirates wegen Essen. Aufs Link, gell? Ja. Hab's. Ich bin ein bisschen zu weit, glaub ich. Aber besser als 234. Es ist an diesem Fortress-Bein da. Und was ist da mit dem... Oh mein Gott. Nein. Der Erzfeind. Oh mein Gott. Ich hab mich... Oh mein Gott. Das war so... Das war so dumm. Alright, Alter. Und jetzt kurz, äh, Library. Nö, geh, lauf einfach aus dem Stronghold raus und bieg, sobald du kannst links ab. Und dann, äh, weiter und dann die Decke. Ich hab, ich hab halt's. Alles gut. Let's go, come on. Ich hab's! Ja! Yes! Du bist nicht im Endeffekt gestorben. Ja! Immerhin, ey. Stark. Ey, das macht mich gerade glücklich, dass ich wenigstens nicht da gejockt hab im letzten Run. Tian, du bist gerade Zweiter Overall. Du bist nur unter Nice Twice. Ich bin unter Nice Twice, Zweiter Overall von der Zeit her. Seht ihr das, Chat? Tian, mit deiner grundsoliden Zeit unter 12 Minuten. Ja! Ehre verteidigt mit dem Run, Chat. Sag ich, wie's ist. Und das ist unser Gewinnerteam. Er steht da. Geil! Claps auf jeden Fall. In wenig Chats. Richtig geil.